... und herzlos... ... gottlose Barbaren. Komm hier! Sie morden ohne jeden Skrupel. Sie verwüsten die reiche Englands. Unser Land, das sie niemals verteidigen oder gar lieben werden. Die Zeit ist gekommen, um zu antworten. In einer Sprache, die sie verstehen. Die Zeit ist gekommen, um zu antworten. 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 Er, ist gut. Das war's! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kjotlis warriors crawl through Arval's nest like... If I use the main gate, I may attract attention. This area is off-limits. I need your eyes, my friend. I need your hand. This area is on the top of the top of the world. Ich bin der Lauf. Meine Crew sollte in sight sein. Was ist der Problem? Was ist etwas passiert? Was ist der Problem? 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 You coward! Unbind me and stick an axe in my hand! I owe you nothing, Ravensh... Shit. Yours is a clan of thralls and peasants. you lay that axe aside or die by mine you should be on a slave ship to ireland wolfkist but if you wish to be my first sacrifice odin will be more than happy to receive you you just killed yourself erky you're mine i will sell you to hell herself kneel wolfkist and i will spare you die you suck of shit give up you shit are you watching what Ah! Ah! I will sell you to hell herself! Kneel, wolf-kissed, and I will spare your life! Shut your heart and fight! Die, you sack of shit! Ah! 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 Möchte dich zulaggen und... See you next time! Ah! Ah! Ja. Fear not your belly, coward? Untertitelung des ZDF, 2020